Ja und herzlich willkommen und gleich ist das kleine YouTuber-Fan-Treffen vor dem Reistag und neben mir sitzt der Theo und wir warten hier noch ein, zwei Leutchen und dann gehen wir gemeinsam dorthin und mal gucken, was wir da so erleben. Ah, der Yoshi! Hallo! Sag was für meine Abonnenten! Was? Ich mag ab und zu. Haben Sie geschaffen und ich würde sagen, Kamiantv, bitte genießen Sie Ihren Aufpräumen. Was ist meine Kamera sagen? Hallo! Neon von der Spinat! Hi! Willst du was mit meiner Kamera sagen? Hallo! Genau! Danke! Ja, wir haben uns jetzt hier runterflug geschubt, weil es anfangen zu regnen. Da ist der Flug. Und jetzt stehen wir hier unten mit der kleinen Klammermasse, bis es aufhört zu regnen, wie es sich aussieht. Ja, hallo Leute! Und das Fantreffen ist vorbei! Ich stehe jetzt so ein bisschen mit dem View. Ich fahre von dem MacBook. Und wir warten jetzt, bis wir zum nächsten kleinen Event gehen. Jedenfalls, das Fantreffen ist vorbei und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video! !